Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich bin jetzt hier immer schnell neben Bayerfänger und Dreschen, weil ich euch jetzt wenigstens noch ein paar Änderungen erzähle. Die erste Änderung ist, dass die Videos zu Südhämmern nur in Timelapsen kommen werden. Und der zweite Punkt ist, ich werde nur noch auf Twitch streamen, auf YouTube nicht mehr. Aber ich werde die Livestreams auf YouTube hochladen. Es dauert ein paar Tage, weil ich kann es nicht direkt machen. Und es hochladen dauert auch ein wenig. Auch ein bisschen. Ja, und das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.